Du kommst an irgendeinem Punkt in deiner Karriere grad nicht weiter. Dann bin ich dein offizieller Ansprechpartner. Mein Name ist Max Schlichter und ich darf mich heute vorstellen als der neue Popularmusikbeauftragte des Bezirks Schwaben. Mit 13 Jahren habe ich meine erste Band Killer Filsi gegründet, bis heute 1000 Konzerte ungefähr gespielt, neun Studioalben veröffentlicht und auch mit diversen Managements und Bookingagenturen zusammengearbeitet und hoffe, dass ich dir mit meiner Expertise, mit meinem Background weiterhelfen kann. Dabei spielt es aber auch überhaupt keine Rolle, ob du vielleicht jetzt auch gerade erst am Anfang stehst oder ob du schon fortgeschrittener bist in deiner Karriere. Das sind deine Themen, lass es mich wissen, melde dich. Tschüss. Zum Glück geht dieses Feeling nie vorbei.